Hey und willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es, das erste Mal. Heute gibt es ein kleines Infovideo um das Thema Livestreamen und so, aber mehr auf heute kann. Ihr fragt euch jetzt sicher, warum steht im Titel keine Leistungs mehr? Diese Frage stelle ich zu Recht. Ja, nach langem Überlegen habe ich mir überlegt, dass ich kein Livestream machen werde mehr auf YouTube. Ja, weil der Grund ist, dass ich auf Twitch wechseln möchte mit Livestreams. Leute, keine Angst, ich mache weiter Videos auf YouTube, das ist keine Frage. Nur ich habe mich halt informiert und überlegt, ob ich ein Platz für mich streamen soll, YouTube oder Twitch. Und ist mir halt aufgefallen, ich habe mich informiert darüber, dass du auf Twitch viel mehr Freiheiten hast und viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Streamen. Dass du halt Koppelmusik einblenden kannst und so alles, das ist halt auch Fakten, was wir auf Twitch sprechen. Deswegen wollte ich euch Bescheid geben, nicht dass ihr euch wundert, warum halt keine Livestreams mehr auf YouTube kommen. Ich würde mich freuen, wann ihr mir auf Twitch folgen würdet, ob mir nichts zu verpassen von Streammäßig her. Ja, das war es mit dem Info wieder. Ich wünsche euch jetzt auch einen schönen Abendmiddag, Tag oder was auch immer, wo ihr gerade zuschaut, welche Tageszeit. Und ich sage euch, ciao Leute, Servus.